Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder da seid. Wir hatten ein paar Event-Full-Days. Ich war auf dem Zara Larsen-Konzert, es war mega cool, es war in der Verti-Hall. Okay, warte, ich muss mich kurz correcten. Jetzt heißt es ja Uber Eats Hall oder so und dann die Uber Eats Arena. Was sagen wir dazu? Finde ich absolut gar nicht lustig. Es hört sich einfach an wie so McDonalds-Arena oder so eine scheiß What the Fuck oder so Foodora-Arena. Es ist einfach weird. Mercedes-Benz war für mich damals eine Umstellung von der O2-Arena zu Mercedes-Benz war schon ein Heartbreak, weil ich habe ja damals Chili-Ding gemacht, ihr wisst wahrscheinlich alle. Und wir haben immer in der O2-Arena aufgetreten und auf einmal war es dann so Mercedes-Benz und wir so, okay, bougie. Und da hat man sich dran gewöhnt, weil so schwarz und silber sieht cool aus und Uber Eats Arena ist dann halt so grün und schwarz. Einfach weird. Und wenn ich so sage, ich habe Zara in der Uber Eats Hall geschaut und daneben steht dann so Madison Square Garden New York und man denkt sich so, Berlin, was ist mit dir eigentlich? Finde ich ein bisschen schwierig. Stellt euch vor, Drake sagt so, yo, ich trete in der Uber Eats Arena auf. Direkt Deutschland cancelt. Cancelt alle Deutschland. Ich weiß nicht, die haben einfach anscheinend richtig viel Geld angeboten. Apropos Geld. Ich will ein bisschen enttäuschen von Rihanna, weil sie ihr erstes Konzert seit so Jahren, seit acht Jahren, acht Jahre, nee, erstes Konzert wieder hatte. Raten Sie, wo es war. Es war nicht für die Fans, es war nicht für ihre Familie, es war keine Release-Party, es war kein Fenty Beauty, es war keine Fashion Week, irgendwas, wo man es noch verstehen würde. So als ersten Auftritt, so mäßig dieses Coming-out-of-her-Kleine-Höhle, die sie sich da acht Jahre gebaut hat, die ich ihr gönne, by the way, weil sie Kinder bekommen hat und sich das leisten kann, einfach auch mal keine Musik rauszubringen. I mean, it's Rihanna. Ratet, wo sie aufgetreten ist. Auf einer indischen Hochzeit von einem indischen Milliardär. It's giving Beyonce, als sie sich dazu entschieden hat, in Dubai zu performen, wo die LGBTQ-Rates absolut nicht standhaft sind und sie auch Millionen von was auch immer bekommen hat, US-Dollar. Und das Ding ist, es ist so durchschaubar bei Rihanna, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihr, weil ich schaue sehr zu ihr auf, ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen. Und dann so nach acht Jahren dein erstes Konzert so auf Loki versuchen zu machen, auf einer indischen Hochzeit von einem Milliardär, wo wir alle wissen, okay, ihr wurde safe eine Mille mindestens dafür angeboten, die aus ihrem Loch rauszukratzen, zu locken. Da muss so viel Geld am Spiel sein. Und ich frage mich so, erstens braucht sie das? Und zweitens müssen ihre Hardcore-Fans wahrscheinlich sehr enttäuscht sein. Und ich bin honestly auch enttäuscht. Wenn erstes Konzert, erstes Coming-out, dann finde ich, sollte man das an einem Festival machen, so Headliner oder sie ernannt ihre eigene Tour oder sie macht ein Riesenkonzert in New York oder Barbados oder so, von wo sie herkommt. I don't know. Also es ist einfach total unpersönlich und geldsüchtiger Vibe. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber egal. Wir haben ganz tolle Releases, relativ deutsch dominiert, würde ich behaupten. Wir fangen an mit Apache 207. Das Ding ist, ist euch auch aufgefallen, dass alle sagen ja immer Apache. Habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, der meinte, Apache 207 hat einen Song rausgebracht? Noch nie. Diese 207 wird von allen ignoriert. Keiner sagt das. Es ist so, als würden einfach alle zu mir fail sagen und keiner sagt danach Montana. Ist einfach weird. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin, weil ich kein Apache höre und kein Apache Famine oder ob seine Fans beim Konzert sagen so 207. Ist das so ein Ort? Ich würde gerne wissen, was 207 bedeutet. Das Ding ist, so Fragen kommen mir immer erst auf, wenn ich gerade hier rede. Also ich improvisiere diese Folgen meistens, weil ich einfach, ich mag es nicht so mir. Ich habe so ein Netz, ich weiß, worüber ich rede und eine Liste, von was rausgekommen ist. Aber sonst kommt es alles so aus meinem dummen Gehirn raus. Aus meinem nicht bewiesenen ADHD-Brain. Und deswegen, keine Ahnung, würde mich einfach interessieren. Google ich mal, sage euch nächste Folge Bescheid. Wahrscheinlich vergesse ich es wieder, weil ich immer sage, ich sage euch Bescheid nächste Mal und dann tue ich es nicht. Aber ja, LG Apache. Ich höre ihn leider nicht. Ich weiß, dass viele ihn ultra feiern. Es ist wieder so ein Phänomen, wie bei anderen Künstlern, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, weil ich sonst auseinandergenommen werde. Ich finde, Apache ist sehr nischig. Und ich habe diese Nische persönlich noch nie verstanden. Aber wie gesagt, ich habe einen anderen, ich wurde anders aufgezogen mit anderer Musik. Ich sage nicht, dass er schlechte Mucke macht, aber es ist einfach nicht so mein Ding. Aber der Song, der neu rausgekommen ist, heißt Loser. Ich bin nur ein Loser, so hast du mich doch gesehen. Du brauchtest Zeit, Zeit, um endlich wegzugehen. Und ich muss sagen, es gibt mir so ein bisschen Victim-Komplex-Vibes. Es ist so, warum sind Deutschrapper immer so dramatisch? Warum seid ihr so dramatisch? Deutschrapper haben immer so dieses, ich bin aufgewachsen in diesem Kaff und meine Mutter hat einmal am Tag gekocht. Und I respect your past und es ist voll cool, dass du darüber schreibst. Aber daher, dass es meine Muttersprache ist, ist Deutsch für mich schon so cringe. Und dann sagst du so, du benutzt keine Metaphern, du machst so literally what happened. Und es ist immer so, okay, so was, ich weiß nicht. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ich finde einfach, Deutschrapper sind dramatisch. Aber ja, er kam auf jeden Fall mit einem Knall zurück. Es ist also dieses kämpferische, melancholische. Und der Text rechnet mit den Stimmen ab, die Apache früher als Versager abgestempelt haben. Und jetzt setzt er seinen beispiellosen Erfolgsweg diesen Stimmen entgegen und Jumper hat das produziert. Guter Produzent und eigentlich voll, ihr müsst mal vorstellen, wenn ihr gerne Musik mögt, aber ihr wollt nicht so im Vordergrund sein, so Künstler sein. Damit kommt viel dazu, ne? Das ist alles im Fünffachpack. Aber so, wenn man einfach behind the scenes sein will, die Künstler kennenlernen kann, irgendwo auch mit Bekanntheitsgrad hat, aber immer so ein bisschen einfach seine Eier schaukeln kann, kann man eigentlich Produzent oder Songwriter werden. Weil viele Songwriter, die ich kennengelernt habe, mit denen ich auch schreibe, sind manchmal auch selber Künstler, aber genießen das so ein bisschen, nicht bekannt zu sein. Also nicht dieses Taylor-Swift-Künstlermäßige zu sein. Finde ich ganz interessant. Also viele denken ja immer, wenn man Musik macht, muss man unbedingt Künstler sein, aber es gibt ja auch Master-Engineere, es gibt Mixer, was ja auch meistens die Produzenten sind. Du kannst Vocalist sein, dann nehmen die meistens Demos auf und schicken die dann Künstlern und das ist dann aber nicht deine Schimmeli drauf. Also wenn man einfach so keinen Bock auf diese Attention hat und klatscht und tratscht, Promi-Flash, Fame und dann 14 schwanger, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann werdet Produzent. Aber zum Beispiel so einen Jumper kennt man. Das finde ich ganz cool und ja, I don't know, ich finde einfach trotzdem den Song ultra dramatisch. Einfach so die Sound-Effekte und it's just too deep for me und zu wenig Metaphern, so ein bisschen in your face. Und apropos dramatische Rapper Luciano, mein Bré. Okay, ich habe eine Frage an dich. Warum kann es sein, dass männliche Emphasis on männliche Deutschrapper das Gefühl haben, sich als Feminist darstellen zu müssen? Meine Mutter hat mir das geschickt und wenn meine Mutter mir was schickt, dann ist das, die Frau ist schlau, okay? Da ist was dahinter, die ist super schlau. Ich kenne niemand, der schlauer ist als sie. Nicht nur, weil sie meine Mutter ist, fragt in Berlin einmal rum und dann wisst ihr Bescheid. Jedenfalls schickt sie mir das und ich so, das kann nicht dein Ernst sein. Der Typ singt, come on, come on, shake your bamba, weißt du? Frau, shake deinen Arsch, okay? Und tausend andere Lines, die ich jetzt nicht nennen muss, wir kennen alle Luciano-Songs. Ich spuck das Wodka in ihr Maul und so, ne? Sowas ähnliches einfach. Und zehn Minuten später auf seinem Set in seiner Tour, das war jetzt Berlin, habe ich dieses Video gesehen, kommt so ein Text von einer Frau, die das voll ist und er stellt sich da so dramatisch hin und schaut diesen Text an. Eine Frau zu sein, heißt, und dann so der Feminismus, wir müssen die Frauen beschützen, da, 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 da. So ein Text des Todes als Intro zu einem nächsten seiner Songs. Ich war kurz sprachlos, weil jeder, der in der Branche ist, weiß, dass es eine absolute Doppelmoral ist. Doppelmoralmoment. Wenn Shirin David es macht, okay. Okay. She's a woman. Go ahead. Und wenn sie manchmal sich selber sexualisieren will oder ihre Freunde oder generell Frauen, go ahead. Das ist nochmal eine andere Geschichte, da gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Aber wenn ein Mann, der behind the scenes Frauen einfach nicht so gut behandelt, auf der Bühne, sowas. Oh, das war so cringe. Guckt euch das bitte einfach an. Auf TikTok ist das. Oh, ich kann's nicht, wenn Männer so sind, so, ich bin Feminist. Ich bin so, du weißt, glaube ich, nicht, was es bedeutet, Feminist zu sein, Bruder. Nur weil du Frauen gerne bumst, heißt nicht, dass du Feminist bist. Come on, Shagir Bamba. Das ist nicht feministisch, Schatz. Das kannst du auch nicht zurücknehmen. Der Song ist online. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja. Egal. Wir vergessen's. Nächstes Thema ist Luna. Und honestly, wir haben zu lange nicht über Luna geredet. Ich bin total in awe of her. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich bin fasziniert von ihr. Sie hat einen Song rausgemacht, der hat jetzt vergessen. Für früher schon weg, hab dich nur einmal gezeigt. Dich zum letzten Mal sehen, tut gar nicht so weh. Hörst du nur noch eins, wenn nur, dass du weißt. Dich zu vergessen fällt mir so verdammt leicht. Und es ist so eine Bedroom-Pop-Ballade. Und ich würde sagen, sie ist die deutsche Queen von Bedroom-Pop. Also, ich weiß nicht, sie bringt so viel Gefühl rüber. Und es ist so effortlessly. Und sie schreibt so gut. Und es ist so minimalistisch. Aber es ist trotzdem, jedes Mal hittet es. Auch wenn sie immer wieder so das gleiche Mustermäßig benutzt, ist es trotzdem jedes Mal so anders. Weil zum Beispiel in diesem Song gefällt mir, gefallen mir die, Klaviermelodien total doll. Es gibt mir so ein bisschen so ein Billie Eilish, James Blake, Tom O'Dell-Vibe. Die benutzen ja immer sehr spezielle Klaviermelodien, die nicht einfach sind zu erfinden. Weil im Endeffekt ist ja Musik erfunden. Das ist eigentlich voll krass. Künstler sind Erfinder, Leute. Hört sich eigentlich voll cool an. Weil man ja eigentlich sich die Sachen einfach aus dem Hirn zieht. Also, die gab es ja davor nicht. Und klar, man kann auch Samples benutzen, sich inspirieren lassen unterbewusst. Die Musik, die du hörst, die Musik, über die du redest, die Musik, die du entdeckst, festigt sich ja unterbewusst in unseren Gehirnen. Und wenn wir dann Musik machen, kommt das da wieder raus. Wenn ich mich inspiriert fühle von Ethel Kane zum Beispiel, dann habe ich voll Bock so einen C-Part, wie sie zu machen, mache ihn aber so, wie ich ihn machen würde. Trotzdem erfindet man was, aber man ist natürlich inspiriert. Aber ich finde, dass sie sich immer wieder irgendwie neu erfindet. Und in dem Song ist Luna einfach ein sehr healthy Mensch. Es heißt, es ist ein Song, auf dem Luna in vollkommener Ruhe und Sanftheit final mit einer Beziehung abschließt. Sollten wir alle mal tun. Schreibt euch das auf. Kein Stress, kein On-Off, keine Wut mehr. Einfach der letzte Rückblick auf eine Beziehung. Luna beweist, dass Trennungssongs nicht immer nostalgisch sein müssen und fängt auf Vergessen. Gefühle, die viel zu selten thematisiert werden, eine Erleichterung und Befreiung. Schön. Mal eine mit Reflexion. Ich finde, es stimmt, man schreibt oft so, ich höre immer nur so Break-Up-Songs und die sind immer so dieses Ich will dich noch. I want you. Do you want me to? I miss you. Auch wenn du mich scheiße behandelt hast. Aber sie ist so, Vergessen fällt mir leicht. Mein Lieblingslein in dem Song ist, dich zu vergessen fällt mir so verdammt leicht. Oh, das ist so schön. Sorry an die Person, über die sie es geschrieben hat. Weil wenn jemand mich leicht vergessen könnte, hast du ein Problem. Dann stehe ich vor deiner Tür und vor der deiner Mutter. Finde ich gar nicht lustig. Wenn man leicht zu vergessen ist, hatte ich überhaupt ein Imprint auf dein Leben. Aber von ihrer Seite aus voll schön und healthy, voll erwachsen. Freut mich für sie, dass sie die Leute einfach vergessen kann. Ich muss sagen, es gibt auch, mein erster Freund, super leicht war da zu vergessen. Manchmal vergesse ich, dass diese Person existiert. Und das finde ich eigentlich voll schön. Weil was soll man jetzt noch melancholisch, nostalgisch sich da rumwälzen, wenn man einfach Neuanfänge haben will und ein anderer Mensch jetzt auch ist. Ich meine, ich war auch jung. Aber ich glaube, manchmal, es hört sich harsh an, aber zu vergessen, dass eine Person existiert, ist nicht schlimm. Ich muss aber sagen, Shoutout an meine Freunde. Ihr erinnert mich immer wieder an die Person, weil die mir immer wieder Sachen schicken, weil die mich immer wieder darauf ansprechen, weil es einfach ein Phänomen ist. Aber so, ich vergesse es immer und dann ist es so, oh, da war ja was. Und ich würde nicht sagen, dass das toxisch ist. Ich glaube, das ist einfach so next. Thank you, next. Jetzt haben wir The Kidler Roy, Love Him, immer noch Schippe ihn und Tate. Ich habe ihn jetzt auch schon lange verfolgt. Ich finde ihn ganz toll. Der Song heißt Still Yours in Klammern From the Dock. From the documentary, er hat jetzt auf Amazon eine Doku rausgebracht vor ein paar Tagen, die nennt sich Kids Are Growing Up, A Story About A Kid Named The Roy. Voll cool. Es geht einfach um sein Leben, um seine musikalischen Anfänge, wie er dahin gekommen ist, wo er ist, was ihn inspiriert, wie er so ist, einfach. Und zu der Doku gibt es immer ein paar Songs, was mega smart ist, weil man das dann so connectet mit Release und diese Songs gibt es dann in der Doku und die kommen dann erst in die Doku raus. Was ganz geil ist, weil dann mehr Leute diese Doku gucken aus einer Industry-Perspektive. Aber was mir aufgefallen ist an der Doku, was ich ganz interessant und lustig finde, ist, dass er jetzt nicht mehr mit Katharina Demme zusammen ist. Wunderschönes Mädchen. Und das Geile war, dass sie, ich hab so einen TikTok-Clip gesehen, ich will mir die Doku auch unbedingt noch angucken, weil ich liebe Künstler-Dokus. Die geben mir immer viel mehr Insight in den Künstler. Keine Insight on me, meine Billie Eilish-Obsession fang an, fing an, fing an, wow, happy Monday, fing an mit ihrer Doku. Ich hab davor so mitbekommen, wie sehr sie im Hype war, besonders in L.A. mit so when we all fall asleep, where do we go? Und dann kam die Doku raus und ich war so I love this bitch. Und es war ihr Charakter, es war wie sie ist, ihr Attitude zu ihrer Musik und davor hätte ich sie niemals so doll gefühlt, wenn ich ihre Doku nicht gesehen habe und deswegen ist es eigentlich voll schön, dass Dokus Künstler die Möglichkeit geben oder nee, Fans eigentlich die Möglichkeit geben, sie mehr kennenzulernen, weil man eigentlich, man kriegt niemals so ein Insight in das Leben eines Künstlers oder die Erschaffung eines Künstlers ohne eine Doku. Es ist unmöglich, du kannst so viele TikToks und Daily Vlogs machen als Künstler, wie du willst, eine Doku geht so tief nach hinten, ich schwöre es dir, ich kenne keinen Menschen, der nicht sagt, ich hätte mal gerne eine Doku über mein Leben. Weil man das so schön zinematisch und ästhetisch und auch persönlich zusammenschnippeln lassen kann, dass es Zuhörern die Möglichkeit gibt, mehr Zugang zu dir zu haben in einem nostalgic way. Und das ist, finde ich, so schön. Das Traurige daran ist, dass ja nicht jeder Künstler die Ressourcen hat, eine Doku über sich machen zu lassen, weil es einfach wirklich für die Big Players, eine Taylor Swift, eine Ariana Grande, ein Sean Mendes, ein The Kid Leroy, so eine Doku zu haben ist, okay, du hast es geschafft. Weil was interessiert mich, also tut mir leid, aber was interessiert mich eine Doku über irgendeinen Newcomer, der ja noch nicht da ist, wo man, wie soll man das erklären? Man will ja eigentlich nur wissen, wie die Person dahin gekommen ist, die so krass ist auf dieser Welt, dass man das dann wissen will. Wenn es aber man noch mitten im Leben ist, ist es schwer eine Doku über jemanden zu gucken, weißt du was ich meine? Deswegen ist es cool, das von The Kid Leroy zu sehen, weil honestly, I don't know much about him. Ich war bei ein paar Konzerten von ihm und wir haben ja auch hier eine Folge zusammen gedreht und ich finde ihn super sympathisch und ist einfach ein Engel, ist ein Sweetheart, aber ich freue mich, ihn näher kennenzulernen. Das war cool. Jedenfalls, was ich sagen wollte, bevor ich komplett in 50 andere Gedanken verrutscht bin, war, dass ein Clip in seiner Doku war, seine Ex ist in seiner Doku und obviously, während die es nicht rausschneiden, weil die Doku steht halt schon ein paar Monate bevor sie rauskommt und die wurde halt gedreht, während sie voll der prominente Fokus war von seinem Leben. Sein ganzes Album ging darum, alle waren, das war ja ein Riesenhype, so als die Saison gekommen ist und so endlich keine Heartbreak-Songs mehr, hoffentlich bricht sie sein Herz, dann bringt er wieder geile Songs raus, was er ja gerade macht. Obviously ist sie in der Doku, weil es wurde zu der Zeit gedreht, was auch für ihn komisch sein muss, aber okay und sie wurde gefragt, wo sie sich in fünf Jahren sieht mit ihm und jetzt, wo man weiß, dass sie nicht mehr zusammen sind, hat man echt gemerkt, dass sie damals schon ausgecheckt hat. Ihre Antwort ist total hoffnungslos und so, ja, also es passiert ja auch und selbst wenn wir nicht mehr zusammen sind, weiß ich trotzdem, was er für ein Mensch ist und man denkt sich so, jetzt, wo wir nicht mehr zusammen sind, so Girl, das Ding ist ja, bei Frauen, wir sind schon viel früher checked out. Wenn du ein Mann oder ein Junge bist, der gerade zuhört, männlicher Mensch bist, dann, Frauen checken früher aus Beziehung aus, als ihr es wisst. Wir, es wurde auch bewiesen, wir wissen schon drei Monate, bevor wir mit euch Schluss machen, und dass wir nicht mehr mit euch zusammen sein wollen und das ist eigentlich ganz schlimm, weil bei Männern ist es zum Beispiel so, dass ihr das vielleicht an dem Tag realisiert und das an dem Tag macht oder vielleicht eine Woche darüber nachdenkt und man merkt es euch an. So, ihr distanziert euch, ihr schreibt weniger, bei Frauen ist es so, wir können easy mit euch ganz normal in der Beziehung sein, wir wissen es aber schon lange davor. Kurz exposed, sorry an alle Frauen, es ist so und man hat es bei ihr gemerkt. Jetzt haben wir eine Combo für Raul Williams und Miley Cyrus, die sind ja irgendwie auch schon lange Collaborators und Friends, ich meine, es ist ein bisschen, die sind halt, wo in der gleichen Neighborhood irgendwo in ihren riesen, fetten Butzen und die haben einen Song rausgebracht, der heißt Work It Out. Ich muss sagen, ich finde den Song interessant, weil Pharrell ist ein Genius, Miley ist ein Genius, sie hat eine kranke Stimme und deswegen ist der Song gut, weil die grundsätzlich einfach kranke Künstler sind, aber hätte jemand anderes das aufgenommen, von den Vocals her, wäre ich so, weiß ich nicht, weil die Melodien, irgendwas machen die mit meinem Kopf, ich finde die super cringe, die Melodien. Die sind so total 2017 Pop, sind so Melodien, die habe ich schon tausendmal gehört, aber ich weiß, dass es neue Melodien sind, aber das ist eine Zusammensetzung von allen Pop Songs, die ich jemals gehört habe und deswegen macht der Song nichts mit mir, aber ja, er hat den irgendwie auch bei der Louis Vuitton Fashion Show geteased, irgendwie wollten den alle die ganze Zeit, das ist halt typisch Pop für so Average Human Being Radiohörer, aber das macht er so nichts mit mir. Jetzt haben wir Tiag, der hat einen Song rausgebracht, der ist in Marseille. Und es ist ein Song von seiner Bunte Farben EP, wir haben glaube ich noch nie über Tiag gesprochen, er wird gerade als einen der besten neuen jungen Live-Künstler betitelt und die Leute sagen, er singt besser als wie kaum ein anderer, man merkt so richtig seine Schmerzen, seine Gefühle und man muss echt immer fast weinen. Der ist einfach erst 19, der ist ein Jahr jünger als ich und ich denke mir immer so, Boy, who hurt you? Also was hast du schon erlebt mit 19, dass du so viel Tiefe in dir hast und so performen kannst und deswegen tut es mir leid, also ich will gar nicht wissen, was alles passiert ist, ich meine, man hört es in seinen Songs und ja, ist so ein bisschen so, die neue Single von ihm handelt von Sehnsucht nach Nähe und der Ferne, so ein bisschen diese Kontra-Dinger. Während er von Liebe träumt, will die Frau, an die er sein Herz verlaunert, nur weg von hier. Er findet sein Glück in langen Nächten und hofft, dass sie ihres in Marseille findet, egal wie sehr es ihn verletzt. Der Song lebt von den Kontrasten aus leeren Straßen im Nieselregen und der Sehnsucht nach Abenteuern am Meer. Im Endeffekt wollen beide nur das Unbekannte erleben, auch wenn es für beide was anderes bedeutet. What the fuck? Deep. Sehr deep. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das hat schon alles gesagt. Jetzt haben wir noch Liam Payne, ich muss es noch kurz sagen. Eigentlich wollte ich den Song gar nicht reinnehmen, aber ich war so, we need to talk about for a second. Teardrops heißt der Song für die ganzen One Direction Stands, die freuen sich bestimmt. Niall Horne ist auf Tour, Liam Payne bringt was raus. Ich meine, Harry is alive in the world, we love that. Aber Liam, what the fuck? Hört euch die Lyrics an, hört euch mal zum Beispiel die ersten drei Sätze an und ich sage euch aus einer Songwriter-Perspektive, diese Lines habe ich schon ungefähr 50 Millionen Trillionen Mal gehört. Irgendwie so, I have teardrops, I'm in pain cause I broke your heart. Boy, you could do better. Auf der anderen Seite denke ich immer, ist mein Standard zu hoch, aber, weißt du, ich finde immer so, wenn er die, wer hat das geschrieben? Ich bin mir sicher, er hat es nicht selber geschrieben, weil es ist sehr, als Gewing ein Songwriter, der immer Popsongs schreibt, war im Raum und war so, wir schreiben jetzt einen Banger. Weiß ich nicht so. By the way, am Wochenende waren die Brit Awards und es wurde ein neuer Rekord aufgestellt und zwar Ray. Ich finde, Ray ist so ein bisschen unsere Amy Winehouse, unserer Generation. Sie hat zwar keine Drogenprobleme, von denen wir unbedingt wissen, aber so ihre Tiefe, wie sie performt, auch immer dieses ohne Schuhe und ihr Attitude und mit dem Akzent, ich weiß nicht, sie gibt mir so, auch von dem Genre her, wie sie singt, ist sehr so Amy Winehouse und trotzdem sie, ne? Also es ist ähnlich, würde ich nur sagen und sie hat einen neuen Rekord aufgestellt, nämlich hat sie sechs Awards gewonnen. Bestes Album, bester Song, beste Künstlerin, beste Newcomerin und noch zwei andere. Rekordhalter waren bisher Adele und Harry Styles und Blur, die jeweils vier Stück gewonnen haben. Wow. Und ihr wisst, Adele, sorry, Harry Styles, sorry. Krass. Deswegen freue ich mich voll für sie, sie hat auch voll geweint. Ihr alter Tutor hat ihr diesen Award für Best Album gegeben. Einfach voll die emotional moments. Tate McGrace auch aufgetreten, baddie alert, aber ich habe eine Frage, who's your stylist, girly? Weil nichts von dem, was sie anhört hat, jemals einen roten Faden und ich, ach, es macht mich so sauer, weil ich sehe sie in so guten Outfits und manchmal hat sie echt gute an, aber es ist so null sie. Man merkt so, dass sie einfach einen Stylisten hat, der sie in so Sachen reinpackt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so dieses Billie Eilish, du hast einen Signature Style. Sie hat für mich keinen Signature Style, außer diese Eishockey-Gloves, aber die kann man ja auch nicht immer anziehen und mir fehlt so ein bisschen dieses Authentische und sie hat so ein komisches Korsett eingaben mit so einem goldenen Brow und einer blauen Hose. Es hat gar keinen Sinn gemacht, ach, es tut mir so leid, aber die Performance war geisteskrank, die Leute haten wieder, weil sie anscheinend zu wenig singt und zu viel tanzt. She's a performer. So, Dua Lipa ist auch aufgetreten, sie tanzt auch und macht Dance Breaks, gibt das Mikrofon ab und nimmt's wieder. Digga, Tate hat einen fucking Bogengang von der Bühne gemacht, in ihre Tänzereien. Lasst die Frau atmen für eine Sekunde. So, könntet ihr das? Weiß ich nicht. Ich find's wichtig, dass man, ich spreche by the way nicht euch an, wenn ich so Fronts mache, das sind immer so die Leute, die sich darüber besperren, aber, keine Ahnung, sie tut mir einfach leid, weil, give the girl some credit, also es, sie performt unfassbar, so und es waren auch ihre ersten Brits. Voll süß. Ja, also das war's eigentlich mit allem, ich bin überstimuliert, weil so viel passiert gerade, aber ich freu mich auf jeden Fall auf nächste Woche und ja, mein Song kam by the way raus, I like missing you. Es ist sehr süß, ich liebe Reaktionen darauf und wie emotional euch der Song macht, ich hatte einen Freund hier, Jerome, und hat erstmal die Tequila-Flasche rausgeholt und mit der Tequila-Flasche einen Slowdance gemacht. Das ist ein Slowdance-Song. Wenn ihr so einen Crush habt, macht den Song an und macht Slowdance in the kitchen. It's beautiful. Ist auch ein bisschen traurig, der Song, aber I don't know, gönnt euch einfach, macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt ja noch beim Scheißen hören, ist mir tatsächlich egal. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Mwah! Bis zum nächsten Mal.